Jeder hat gerne eine Ecke zu Hause nur für sich alleine. Deshalb wird das Kleinkind seine Smartplay-Matte lieben. Dies ist ein privater Spielplatz und ein Entwicklungszentrum in einem. Sieben Spielzeuge bieten viele Anregungen und stimulieren die Sinne. Den Tastsinn, das Sehen und Hören. Auch Farben sind hier nicht zufällig. Starke Kontraste unter Schwarz und Weiß stimulieren die Sinne des Kindes ab dem ersten Tag. Die Wände des Laufstalls regen die Neugier an, denn jeder von ihnen präsentiert eine andere Geschichte. Dies ermutigt das Baby, den Kopf anzuheben und stärkt so Hals und Rücken. Spielen ist nie genug, deshalb haben wir auch 20 Bälle im Set, die dank der erhöhten Wände unter Kontrolle sind. Der Boden ist weich und dick, sodass keine Notwendigkeit besteht, etwas unter die Matte zu legen. Unser Kleines braucht mehr Platz? In wenigen Sekunden vergrößern sie das Land des Vergnügens. Spielzeug kann dank der beweglichen Bögen leicht zum Kind herangeschoben werden. Und wenn wir am Spiel teilnehmen wollen, es gibt auch Platz für das Elternteil. Ein Kissen aus dem Set erleichtert das Liegen für Kinder. Das Spielzeug, das an der Unterseite der Matte befestigt ist, begleitet es. Die Unterseite der Matte kann gewaschen werden, sodass jeder Fleck schnell seinen Schrecken verliert. Und für die Reise nehmen wir sie problemlos mit, denn die Demontage erfolgt sehr schnell. So ist das Lieblingsspielplatz immer bei uns. Das Spielzeug, das war's Nein, also keine Notwendigkeit. Sie общем, die Unterseiteiten und an mightierer HerrPER dort.